Musik Mein Name ist Marcello Burix, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Kapstadt. Ich war der erste Schüler an der Easy Bungurungu MSC Segelschule. Eine Stiftung, die Kids aus den Townships unterstützt und eine Perspektive im Segelsport bietet. Ich habe die Chance genutzt und hart dafür gearbeitet. Jetzt bin ich Allrounder im Team Schocho Loser. Warum ich an Bord bin? Weil Segeln meine Welt ist. Rausfahren, den Wind spüren, immer das Beste geben, nie aufgeben. Darum geht's. Und darum, die Leute zu überraschen. Oder meint ihr, irgendwer hätte geglaubt, dass es ein Team aus Südafrika zum America's Cup schafft? Oder sogar ein Match Race gewinnt? Oder dass ich es ins Team schaffe? Ich habe eine Annonce in der Zeitung gesehen, Grindr gesucht. Und dann trainiert wie ein Beklopter. Jetzt bin ich hier. Ich bin Reinhard Rauscher, 21, und Grindr im Team Schocho Loser. Unser ganzes Geheimnis, wir glauben an uns, nicht an die Hindernisse in unserem Weg. Unsere Stärke, jeder Einzelne im Team. Jeder Einzelne, der den Unterschied macht, weil er sein Bestes gibt. Ob Marcello im Vorschiff, ich an den Grinds oder Timmy als Boat-Captain. Timmy in der Presse. Das ist richtig. Es ist schon eine harte Nummer, dieses Boot auf Höchstleistung zu bringen. Das geht nur im Team. Ich bin Tim Kröger und bin der Boot-Captain auf Schocho Loser. Ich säge es schon seit Kindesbeinen. Ich habe schon die Welt umsegelt, habe schon viele, viele internationale Regatten gesegelt. Und das ist mein zweiter America's Cup. Ich bin natürlich mächtig stolz, hier auf Schocho Loser dabei zu sein. Inzwischen sind wir so stark, dass wir über unsere Grenzen gehen. Das passiert, wenn man aus einer Komfortzone rauskommt, wenn man den eigenen Schweinehund überwindet und wenn das Team an sich glaubt. Das ist Hightech-Segeln pur, das ist unsere Welt. Was das mit eurer Welt zu tun hat? Ich glaube alles. Oder warum seid ihr an Bord?